Grundsätzlich ist es so, ich bin Frühaufsteher. Also ich fange meistens wirklich um halb sieben an spätestens, obwohl meine Regelarbeitszeit eigentlich von sieben bis siebzehn, fünfzehn wäre, Montag bis Donnerstag. Wir haben ja jeden zweiten Freitag frei und die anderen Freitage nur bis Mittag. Das ist eigentlich sehr positiv. Ich bin sehr viel auswärts unterwegs, das heißt man ist natürlich im Vertrieb, nicht immer im Büro und da hat man eher gleitende Arbeitszeiten. Die Firma Kampa geht sehr gut auf ihre Mitarbeiter zu, bietet immer wieder Möglichkeiten und Benefits für sie an. Speziell hier beispielsweise Gesundheitsprojekte, Freizeitveranstaltungen, aber auch Gutscheine. Wir haben eine Plattform der Mitarbeitervorteile, die kann man auch nutzen für Reisen, Mietautos, Versicherungen. Wir können uns in der Firma impfen lassen und was ich besonders gerne in Anspruch nehme, sind unsere Massagen. Die Firma Kampa stellt natürlich für den Vertrieb ein Firmenfahrzeug zur Verfügung, sowie Laptop und jegliche Ausrüstung, die man im Vertrieb benötigt. Man kann natürlich von zu Hause aus arbeiten, man ist sehr viel unterwegs, man fliegt sehr oft nach Deutschland und dazu braucht es auch dementsprechendes Equipment dazu und das bekommen wir. Wir können uns in der Firma Kampa. Vielen Dank.